Wer war der bessere Soldat, du oder mein Dad? Ich warne dich. Na komm, weg hier. Stimmt es, dass du meinem Vater das Leben gerettet hast? Ja. Wir waren füreinander da. So wie Brüder. Ja, so wie Brüder. James, die wollen hier ausmisten. Sie werden ehrenhaft aus der Armee entlassen, aber sie verlieren alle Sozialleistungen. Wir haben denen unseren Verstand gegeben, unseren Körper, unseren Geist und wir wurden durchgekarrt und ausgespuckt. Ich wollte mich nur mal wegen der ausstehenden Zahlungen melden und Nachricht gelöscht. Bei den Streitkräften arbeitet man mit dem Vorschlaghammer. Wir hier bevorzugen ein Skalpell. Wir sind durch den US-Code Title 50 legitimiert und kümmern uns nur um Angelegenheiten der nationalen Sicherheit. Da habe ich so richtig Asche abgegriffen. War die Anzahlung fürs Haus. Ist ein Kinderspiel. Ich weiß, dass du lügst. Liebling, ich muss doch für meine Familie sorgen. Und? Sind Sie mit an Bord? Ja. Salim Mohamed Mohsin. Studium pathogener Grippeviren beim Menschen. Wir wissen alle, zu was so ein Extremist fähig ist. Also, spielte nicht den Helden. Wir wollen alle wieder nach Hause zu unseren Familien. Sie wissen nicht, was Sie tun. Ich versuche Leben zu retten. Es geht doch immer nur ums Geld. Was haben wir getan, Mike? Ein Extraktionsteam ist unterwegs. Brauner BMW X1 bestätigen. Informieren Sie mich erst, für wen wir arbeiten. Ich verstehe Sie ja. Aber Sie müssen mir vertrauen. Ich versuche Ihnen zu helfen. Arbeiten wir für den Präsidenten oder ein Konzern? Steigen Sie das Auto. Botengänge zu machen, ist Teil unserer Ausbildung. Tötet den Feind und dann tötet euch. Es ist viel leichter zu töten, aber viel schwerer zu überleben. Ich muss zurück nach Hause. Zu Hause ist Erinnerung. Er wird dich jagen mit allem, was er hat. Ich gehe nach Hause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017